Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's jetzt mit dem HSV gegen Erzgebirge Aue. Der Hamburger SV konnte nach einigen unzufriedenstellenden Partien mal wieder einen guten Tag erwischen. Gegen Köln holten sie einen verdienten Punkt. In der 31. Minute bzw. der 32. Minute, die gerade angebrochen war, konnte Baccarietta das 1 zu 0 für den Hamburger SV erzielen. Gegen Erzgebirge Aue, die nochmal nach unten schauen müssen, weil die Teams um Sandhausen und Magdeburg jetzt auch wieder Punkte einfahren. Nachspielzeit des ersten Durchgangs nochmal eine Standardsituation. Oeskan trägt ihn dann in den 16er, Jung kommt aber gegen Clemens Vandrich nicht durch und dann ist die Sache geklärt. Die lila Pfeilchen hatten Probleme im Spiel nach vorne und konnten auch im zweiten Durchgang kaum zur Entfaltung kommen. Wieder der HSV, Baccarietta über die linke Seite und Carlet Naray mit einer starken Direktabnahme. Martin Mendel kann halten in der 53. Minute und das 2 zu 0 verhindern. Heute Manuel Winsheimer, goldener Torschütze gegen Köln noch gewesen in der Startaufstellung. Jetzt wollte es der HSV hier schnell zumachen, denn das 2 zu 0 wäre sicherlich so etwas wie die Vorentscheidung gewesen. Von Aue weiterhin nach vorne nahezu nichts zu sehen. Keine Strafraumaktion, keine Torschüsse. Wir sind schon in der Schlussphase. Winsheimer gegen Strauß scheitert er noch, aber Naray staubt dann ab und macht den Ball in der 85. Minute rein. 2 zu 0, absolut verdient. Martin Mendel ist geschlagen. Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Nochmal der Anschlusstreffer. Wie aus dem Nichts saß 2 zu 1 durch Steve Breitkreuz. Die Nachspielzeit war schon lange vorbei. Es gab aber nochmal eine kleine Verletzungsunterbrechung. Am Ende blieb es bei diesem Resultat. Ein hochverdienter Sieg für den Hamburger SV und Aue hat einfach deutlich zu schwach abgeliefert. Das Verfolgerduell im Aufstiegskampf. Im Vollstein Kiel als fünfter Platz empfing den SC Paderborn als Tabellenvierter. Die Kieler Störche legten hier gut los. Vandenberg nach Gelbsperre wieder dabei. Honsack setzt sich da durch und kann das 1 zu 0 erzielen. 16. Minute, das fünfte Saisontor. Macht er richtig gut hier. Einmal angenommen und dann an Singerle vorbei. Aber auch der SC Paderborn mit Offensivkraft par excellence. Dem kriegt den Ball nicht geklärt. Michel zu Antwi Adjaye. Perfekter Flankenball und das Bernhard Tepetay am zweiten Pfosten. Nickt das Ding ein, völlig freistehend zum Ausgleich. Es ist auch ein Stück weit das Duell der torhungrigen Mannschaften. Besonders der Sportclub aus Paderborn mit 66 Toren gut dabei. Und jetzt machten sie hier 67 und 68. 55. Minute, die Führung für die Gäste. Ben Zulinski machte das Ding. Und jetzt verwalten sie es gut runter. Hatten hier durch Zulinski dann sogar die Möglichkeit, alles klar zu machen. Reimann ist aber da. Vertrat weiterhin. Kenneth Kronholm war richtig stark, wie er den noch ausfischte. Zumindest ein Punkt für Kiel eigentlich notwendig, um oben dran zu bleiben. Jetzt kam sie in der Schlussphase nochmal. Die beste Möglichkeit jetzt. Okugawa mit der Flanke und Honsack ans Aluminium. Das muss es natürlich sein. Er vergibt hier den Matchball oder zumindest den Ball, um einen Punkt zu holen. Kiel verliert nach Führung mit 1 zu 2 gegen Paderborn. Und der Sportclub ist jetzt oben wieder ganz dicht dran. Das war etwas kurios für den MSV Duisburg und gleichzeitig extrem schmerzhaft. Gegen Paderborn lange Zeit die bessere und gefährlichere Mannschaft gewesen. Am Ende verloren sie dort mit 4 zu 0. Und mussten das jetzt im direkten Abstiegs-Duell gegen Sandhausen besser machen. Und mussten die Chancen verwerten. Zehnte Minute, Riesenchance. Olivera Sosa macht es aber auch sehenswert mit einem Fallrückzieher. Kriegt er den Fass noch aufs Tor gerissen. Aber Sandhausen im ersten Durchgang wirklich teilweise lethargisch und nur in der Defensive agierend. Und es gab dann immer wieder Standardsituationen für die Meidericher. Schnellhardt führt den Austausch. Gerrit Nauber und das 1 zu 0 für die Zebras. 20. Minute das zweite Saisontor für den Innenverteidiger. Absolut verdiente Führung für die Gastgeber und die konnten sie bis in die zweite Hälfte mitziehen. Jetzt endlich mal der SV Sandhausen nach vorne, die eine tolle Partie gegen Dresden machen. 3 zu 1 gewann, davon war hier einfach gar nicht zu sehen. Diekmeier mit der Flanke und dann Andrew Wooten um Einhaar mit dem 1 zu 1 aus dem Nichts. Das 58. Spielminute gewinnt hier das Kopfballduell, aber der geht dann doch 1, 2 Meter vorbei. Wir springen schon in die Schlussphase, ansonsten nicht viel zu tun. Duisburg müsste bestenfalls diese Partie frühzeitig entscheiden über Stoppelkamp. Da ist die Flanke von Stoppelkamp. Engin und dann nochmal der Nachschuss von Schnellhardt. Sie konnten es nicht entscheiden und somit blieb diese Partie weiterhin offen. Sollte Sandhausen jetzt tatsächlich in der Schlussphase noch den Lucky Punch setzen. Ansonsten wären es nur noch 4 Punkte Unterschied. Letzte Minute nochmal eine Standardsituation. Schuhen mit vorne, da ist die Ecke, da ist der Kopfball von Tim Kister. Und dann war es vorbei. Nochmal ganz brenzlig zum Schluss für die Gastgeber, die aber nach 90 Minuten erleichtert und verdient als Sieger dastehen. Das waren wichtige Punkte gegen die Konkurrenz. Es hilft den Eisernden nicht wirklich viel, wenn die Konkurrenz immer patzt. Man selber aber die Punkte einfach nicht einfahren kann. Jetzt gegen Greuther Fürth muss der endlich mal wieder ein Dreier her. Sonst wird es am Ende maximal die Relegation und von unten drücken eben Paderborn, Kiel, Heidenheim und Co. Erste Möglichkeit gehörte hier Suleyman Abdullahi, aber Ex-Berliner Kenny Prince Redondo war mit der Hüfte dazwischen. Jetzt auch Greuther Fürth im Spiel nach vorne, durchaus aktiv. Atanga mit der Flanke, Reze versucht reinzugrätschen, aber Gikiewicz begräbt den Ball dann in seinen Armen. Das war ärgerlich für Fürth, zuletzt gegen Bochum in der letzten Minute noch das 3 zu 2 Kassier zu haben. Hier waren sie hinten wieder relativ anfällig. 31. Minute wieder Abdullahi, der beste Mann bei der Gastmannschaft. Aber der Treffer sollte noch nicht her. So ging es mit diesem 0 zu 0 in die zweite Hälfte und die war jetzt nicht mehr von viel Offensivaktion geprägt. Ernst spielt rüber zu Seguin, der nimmt ihn nicht optimal mit. Seguin und dann Sauer, die Flanke aber in die Arme von Gikiewicz. Das ist nicht gefährlich genug. Trotzdem bekam sie noch über eine Standardsituation die Chance, das Ding reinzumachen. 10 Minuten noch auf der Uhr. Da ist der Kalijuri am höchsten gestiegen in der Mitte. Kriegt den Kopfball aber nicht mehr richtig auf den Kasten platziert. Aber das war es dann im Endeffekt. Union Berlin für Platz 2 wird es dann am Ende wohl nicht mehr reichen. Vor allem wenn man hier einfach nicht zu vernünftigen Angriffen und Toren kommt. So trennen sich Kräuter Fürth und Union Berlin am Ende torlos mit 0 zu 0. Bielefeld konnte in der 43. Minute durch Weihrauch mit 1 zu 0 in Führung gehen gegen den FC Ingolstadt. Schauner rutschte da der Ball durch, aber Kutschgeglich dann in der 51. Spielminute aus. Für Bielefeld geht es hier ja nur noch um die goldene Ananas. Bestenfalls eine gute Position in der Tabelle. Tabelle und für Ingolstadt um die Existenz. Aber dann Andreas Vogelsammer mit dem 2 zu 1 in der 64. Spielminute. Sieht Schauner wieder nicht richtig gut aus. Kriegt ihn durch die Hosenträger. Kea Spaumer konnte das wiederum ausgleichen. In der 73. Minute nickt er das Ding. 1 zu 2 zu 2. Ortega Moreno kam nicht mehr dran. Fabian Klos dann mit dem 3 zu 2 in der 77. Die zweite Hälfte war jetzt wirklich turbulent und extrem spannend und torreich. Schauner entscheidete sich hier für die falsche Ecke. Schlussphase. Ausgleich. Stefan Kutschge wieder ein Kopfballtreffer. 88. Minute. Und Bielefeld musste schon wieder den Ausgleich hinnehmen. Nun aber trafen sie zum spielentscheidenden 4 zu 3. In der 91. Spielminute schlenzt Vogelsammer den Ball aus Spitzenwinkel rein. Da sieht Schauner wieder nicht richtig glücklich aus. Ist aber auch ohne Unterstützung. Und so gewinnt Bielefeld gegen Ingolstadt mit 4 zu 3. Magdeburg musste zuletzt noch spät den Gegentreffer schlucken. In der 87. Minute zerstörte Heller da alle Träume eines Heimsieges. Nicht mal einen Punkt gab es dann am Ende. Der SSV Jan Regensburg trotzte den Eisernen aus Berlin zuletzt ein 2 zu 2. Abspielte da richtig gut und hatte hier in der 4. Minute eine richtig tolle Möglichkeit. Aber Alexander Bruns konnte das hier verhindern. Der hätte schon gleich mal gepasst. Die frühe Führung hätte den Regensburgern natürlich gut geschmeckt. Die wollen auch so weit nach oben in der Tabelle klettern. Ganz theoretisch ist ja noch Platz 3 drin. Aber das ist wirklich nur Theorie. Dann mal eine Standardsituation. Das Roter mit dem Kopf nach 25 Minuten. Ansonsten konnten die Magdeburger nicht viel Offensivzeichen kreieren. Aber das war mal dann was. Jetzt eine Standardsituation für Regensburg im zweiten Durchgang. La Prevot. Und Hammann kann es dann erstmal klären. Die Szene bleibt heiß. Und Benedikt Sala in der 62. Minute. Aber kein Problem für Bruns. Doch die Regensburger wurden jetzt noch deutlich stärker im Laufe des zweiten Durchgangs. Geipel auf Sagis Adamian. Genialer Ball. Und Benedikt Sala hat dann etwas Glück, dass Bruns nicht mehr den Ball richtig abgewehrt bekommt. Aber das verdiente 1 zu 0 in der 73. Minute für den SSV. 10 Minuten noch zu spielen. Der 1. FC Magdeburg nochmal nach vorne. Low Kemper zu Beck. Low Kemper nochmal. Hat das gute Auge für den mitgelaufenen Roter. Aber es sollte nicht mehr sein. Und wäre am Ende des Tages auch nicht verdient gewesen. Der SSV Jan gewinnt mit 1 zu 0. Verdiente drei Punkte stehen hier am Ende da. Und Magdeburg muss wirklich aufpassen, nicht noch komplett direkt auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Lukas Hinterseer war schon wie gegen Greuther Fürth hier in Darmstadt extrem erfolgreich. In der 15. Spielminute machte er mit dem linken Fuß das 1 zu 0 für die Gäste aus Bochum. Da sah heuer Fernandes etwas unglücklich aus, aber wird da eben getunnelt. Da kann man dann häufig aus kurzer Distanz vor allem auch nichts mehr machen. Eine Viertelstunde vor dem Ende kam dann Darmstadt zurück. Serdar Dursun in der 74. Spielminute mit dem Ausgleich. Und nun entwickelte sich eine spannende, hochdramatische und unterhaltsame Schlussphase. Die aber zugunsten der Gäste ausging. Hinterseer mit dem Doppelpack. Das heißt in den letzten beiden Spielen alleine fünf Tore. 90. Minute bleibt hier Kuhl für Heuer. Fernandes setzt den Ball an den Innenpfosten. Und von da prallt er dann ins Tor. Bochum gewinnt in Darmstadt mit 2 zu 1. Heidenheim gegen den FC St. Pauli. Und die St. Paulianer sahen in der Vergangenheit in Heidenheim selten mal richtig gut aus. Und so waren es auch hier wieder die rot gekleideten Gastgeber, die den besseren Anfang für sich beanspruchten. Himmelmann. Starke Parade nach sechs Minuten. Das hätte es schon sein können. Dann mal eine Kontermöglichkeit über Ryo Miyaichi. Die rechte Seite verweist bei Heidenheim. Und Alex Meyer nickt das Ding zum 1 zu 0 ein. Siebtes Saisontor. Und die erste Führung, die Jos Luhukai als St. Pauli-Trainer bejubeln darf. Sie hielt aber nicht so richtig lange vor, weil Griesbeck hier mit der Flanke Robert Glatzl fand. Und der nickte das Ding dann ebenfalls ein. Denn was Alex Meyer kann, kann Robert Glatzl schon lange. Der ist überragend in Form in dieser Spielzeit. Zweiter Durchgang. Nun wieder der FC St. Pauli. Jeremy Duziak zu Alagui. Und der feuert den Ball ins linke Eck. 56. Spielminute. Das fünfte Saisontor. Der hat auch schon gegen Union Berlin ein fantastisches Tor gemacht. Der hier war ebenfalls sehenswert. Und für Heidenheim ging nach vorne nun nicht mehr viel. Der Druck fiel irgendwie ein bisschen ab. Und St. Pauli hatte nochmal die Chance hier zu erhöhen. Miaici in der 88. Minute mit dem 3 zu 1 auf dem Fuß. Aber es wurde nichts mehr. So endet diese Partie mit 1 zu 2. Heidenheim im zweiten Durchgang einfach etwas zu harmlos. Der 1. FC Köln wollte nach drei unentschiedenen Folgen mal wieder einen Dreier einfahren. Und Anthony Modest konnte bereits in der 34. Spielminute das Tor des Tages. Jetzt hier mit einem Linksschuss aus Schwitzenwinkel. Lisa Schubert hier nur noch mit der Fußspitze rankommen. Und so ist er dann da. Der wichtige Dreier für Köln. Der VfL Osnabrück steht wirklich kurz davor, den Aufstieg frühzeitig in die zweite Liga festmachen zu können. Jetzt kam der Tabellenletzte aus Aalen und dann eine ganz freche Aktion hier von Amel Raft. Der macht auch dann das 1 zu 0 für die Gäste. Der Tabellenletzte ist so ein bisschen der Favoritenschreck. Gewann ja auch in Karlsruhe recht deutlich. Aber der VfL Osnabrück schüttelte sich kurz und spielte dann auch mutig nach vorne. Und nun kuriose Szene. Die Wiederholung läuft noch und dann war der Ball plötzlich im Kasten. Mark Haider in der 26. Minute mit dem 1 zu 1. Hier sehen wir es in der Wiederholung. Bernhard mit dem Katastrophenabwurf in die Füße von Mark Haider. Und er lässt sich das nicht zweimal sagen. Vor der Pause dann die Möglichkeit zur kompletten Wende. Farona Polito auf Uahim. Der setzt den Kopfball haarscharf über die Latte. Farona Polito heute auf der linken Verteidigungsposition, weil Engel gesperrt fehlte. Holte sich eine rote Karte in Uerdingen ab. Zweiter Durchgang. Jetzt war Osnabrück ganz kurz davor, die Führung zu erzielen. Alvarez mit dem Kopf ans Aluminium. Bernhard pariert überragend. Schlussphase bzw. Nachspielzeit. Die ist schon abgelaufen. Aber nochmal Alvarez und jetzt auch der Treffer. Dritte Minute der Nachspielzeit. Der Lucky Punch für den VfL Osnabrück. Und das könnte in der Theorie der Aufstieg schon sein. Da kommt es dann auf die Konkurrenz an. Aber wenn alles glatt läuft, dann dürfte es spätestens nächste Woche soweit sein. Osnabrück schlägt Ahlen mit 2 zu 1. Groß Asbach konnte sich ganz wichtige Punkte gegen Preußen Münster sichern. Im Abstiegskampf machten sie in der 15. Minute durch Kai Brünker das 1 zu 0. Der 13er kommt da relativ frei zum Schuss. Schulze-Nihus sieht zu allem Überfluss auch nicht sonderlich gut aus in der Szene. Die Entscheidung gab es dann ebenfalls durch Kai Brünker in der 76. Minute. Einmal angenommen, dann draufgewuchtet aus relativ kurzer Distanz. Jetzt ist Schulze-Nihus absolut machtlos gewesen. Groß Asbach gewinnt mit 2 zu 0 in Münster und kann sich davon etwas von der Konkurrenz absetzen. Der Hallesche FC hat es ganz abgezockt gemacht gegen Meppen. Zwei frühe Tore und dann souverän runtergespielt im Stile einer Spitzenmannschaft, vielleicht sogar eines Aufsteigers. Das ist eine herausragende Runde, die sie spielen. Dann hatten sie auch gegen 18.60 hier die deutlich bessere Anfangsphase und hätten in der 15. Minute spätestens durch Arjani mit 1 zu 0 in Führung gehen müssen. Das war eine richtig tolle Anfangsphase hier der Gastgeber. Aber der Führungstreffer sollte nicht her und nun im Gegenzug mal die Münchner Löwen über Kins Vater. Der hat die Übersicht, da ist Kager, der steckt durch zu Stefan Lex und der macht das 1 zu 0. Kai Eisele kann es nicht mehr vermeiden. 18. Minute die Führung für die Gäste. Sie mussten auf Sascha Mölders gelb gesperrt verzichten, aber hatten trotzdem auch nach vorne dann immer wieder gefährliche Akzente. Die Gäste, dann Steinhardt mit diesem Freistoß. Ganz gefährliche Szene, da hätte es nach einer halben Stunde um ein Haar 0 zu 2 gestatten. Und die Halleschen hätten nicht gewusst, die Hallenser, wie das wirklich so passieren konnte. Zweiter Durchgang nun. 18.60 auf Konter spezialisiert. Das klappte gut. Kager, dann auf Stefan Lex. Sehr gut klappte das sogar. Doppelpack, sechstes Saisontor für Stefan Lex. Und der Hallesche FC wusste nicht, wie ihm geschieht. Das war nicht verdient, aber abgezockt und eiskalt gemacht. Kai Eisele ohne Chance. Viertelstunde noch auf der Uhr, schnell der Anschluss und dann wäre hier in diesem Stadion mit diesen tollen Fans sicherlich nochmal was möglich. Aber die Zeit lief davon. Das ist nochmal Mai, aber Hiller hält den Ball fest. Damit auch die 0 und vor allem den 3er für 8 zu 60. Damit haben sie 47 Punkte auf dem Konto. Sollen am besten noch einige dazukommen. Die Löwen gewinnen hier mit 2 zu 0 gegen Halle. Der KSC musste tief schlucken, als Nick Proschwitz in der 9. Spielminute das 1 zu 0 für den SV Meppen erzielen konnte. Die Karlsruher ja auch am Montagabend gegen Würzburg nicht über ein 0 zu 0 hinausgekommen. Es dauerte lange, bis sie sich davon erholten. In der 67. Minute war es dann Daniel Gordon, der den Ball über die Linie drückte. Nach einigen Versuchen war der Ball dann endlich drin. Zu mehr kam es aber nicht. Auch wenn es verdient gewesen wäre, die Torchancen versäumten, die Karlsruher zu verwandeln. Zwickau konnte in der 14. Spielminute mit 1 zu 0 in Führung gehen durch Ronny König, der aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drücken konnte an Bettke vorbei. Der ist da aus kurzer Distanz dann machtlos und dementsprechend auch geschlagen. Simon Skalatidis konnte wiederum in der 41. Spielminute den Ausgleichstreffer erzielen. Da versuchen sie zwar noch mit allen Mann das zu verhindern, der Ball schlug dennoch ein. Und das 2 zu 1, das entscheidende in der 58. Minute bereits durch Orhan Ademi. Ein flacher Schuss, der auf feuchtem Rasen relativ schnell wurde und dann nicht zu parieren war. Würzburg gewinnt also mit 2 zu 1 beim FSV Zwickau. Für Unterhaching geht es weiterhin extrem bergab. Moritz Fritz in der 86. Spielminute setzte er den Lucky Punch für ebenfalls abstiegsbedrohte Kölner. Und so muss Unterhaching nochmal ganz tief durchatmen, nach unten schauen und irgendwie in den letzten Spielen die Punkte holen. Jena empfing den Spitzenklub aus Wehen und da machten die Abstiegskandidaten gar kein großes Drama draus. Denn in der 43. Minute machte Starke das richtig tolle 1 zu 0 für die Gastgeber. Es gab dann die beste Möglichkeit zum Ausgleich in der 68. Minute für Schipnowski. Die Wiespartner könnten diese 3 Punkte oder zumindest den 1 Punkt hier extrem gut gebrauchen. Es sollte aber nicht mehr sein. Und damit fährt Jena den 3. Sieg in Folge ein und hat damit viel Kraft im Abstiegskampf. Kurz vor Schluss konnte sich der 1. FC Kaiserslautern zuletzt gegen Cottbus noch einen Zähler retten. Jan Löhmannsröben war es da in der 89. Spielminute, der zum 1 zu 1 treffen konnte. Jetzt die Kogge zu Gast. Die Rostocker klar mit zahlreich vielen Fans dabei. Und hier kam richtige Erstligastimmung auf. Die Westkurve der Lautra sowieso immer gut besetzt. Und dass die Rostocker reisefreudig sind, ist auch keine Neuigkeit. Spielerisch war es hier lange Zeit etwas mager. Pick dann mal mit dem Ball zu Christian Kühlwetter. Und das war die beste Chance nach einer knappen halben Stunde für die Roten Teufel. Da trifft er dann aber nur das Außennetz. Gelios muss nicht eingreifen. 5 Minuten vor der Pause dann aber nochmal eine Chance für die Gastgeber. Löhmannsröben. Kühlwetter kommt nicht durch. Versucht es beim zweiten Mal da mit dem Schlenzer. Aber Gelios ist da. Fängt den dann ganz einfach ab. Wir springen in den zweiten Durchgang. Und da passierte lange Zeit wieder nichts. Nun aber wieder Lautern. Die wollten hier gerne den Dreier zu Hause einfahren. Das letzte Heimspiel ging ja mit 0 zu 1 gegen den Tabellenletzten aus Ahlen verloren. Da musste man hier einiges wieder gut machen. Zur Schlussphase konnte es jetzt nochmal brenzlig werden. Wir sind aber schon in der Nachspielzeit die dritte Minute bereits angebrochen. Und damit auch die komplett letzte der Partie. Kühlwetter ans Aluminium. Dann spitzer Winkel. Aber Bischof schmeißt sich rein. Der Portugiese verhindert hier das 1 zu 0. Und den späten Sieg für die Lauterer. Ein 0 zu 0, das Schmeichelhaft für die Gäste ist, die nach vorne kaum etwas lieferten. Aber damit werden sie gut leben können. Im Fritz-Walter-Stadion nehmen die Rostocker diesen Punkt dann sehr gerne mit. Lotte ging in der neunten Spielminute gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten mit 1 zu 0 in Führung. Ein toller Treffer von Maximilian Oesterhelwig. Mit dem rechten Fuß aus spitzen Winkel lässt er da. Avtos Bahic gar keine Chance mehr zum Reagieren. Aber Streli Mamba hatte in der 32. Spielminute die passende Antwort parat. Ebenfalls ein schöner Rechtsschuss. Der passt unten links rein. Kroll steht zwar in der Ecke, aber kommt nicht mehr rechtzeitig runter. Vor der Pause wiederum dann die Führung für die Sportfreunde. Schato mit dem 2 zu 1. Auch ein richtig toller Schuss. Die Keeper an diesem Tag weitestgehend machtlos. Hatten zwar auch einiges zu parieren. Es war eine Offensivpartie, die sich nur so gewaschen hatte. Dann dieser Ball auf Streli Mamba in der 63. Minute, der zum 2 zu 2 führte. Ein Unentschieden, das bis dahin absolut in Ordnung ging. Und jetzt war es ein offenes Spiel mit offenem Ende in der 70. Minute. Hatte dann aber Joshua Putze den goldenen Fuß. Den Ball schweißt da unten links rein. Das 3 zu 2 und damit ganz wichtige Punkte für Lotte im Abstiegskampf. Für Cottbus wird es dann immer enger. Am Ostermontag war die Eintracht aus Braunschweig zu Gast in der Duisburger Schauenslandreisen-Arena. Und die Gäste hatten sich hier ordentlich was vorgenommen. Jari Otto mit dem 1 zu 0 in der fünften Spielminute. Sein fünftes Saisontor. Wunderbar drischt er den mit dem linken Fuß in den Winkel. Vor der Pause die Möglichkeit für Uerding auszugleichen. Der Kopfball noch nicht wirklich gefährlich. Die Szene blieb aber heiß. Maxi Beister! Und dann ist Becker dazwischen verhindert Schlimmeres. Und so ging es dann mit dem 0 zu 1 auch in die Pause. War durchaus verdient. Braunschweig verteidigte sehr diszipliniert. Und dann der Fehler in der zweiten Halbzeit nach vorne von Uerding. Und jetzt hätte es das schon theoretisch sein können. Benz hält den Ball aber fest. Und damit Uerding im Spiel war auch nicht so stark geschossen. Den musste er schon parieren. Jetzt eine Standardsituation und der Treffer. 1 zu 1. Stefan Aigner, 60. Minute. Sein siebtes Saisontor. Macht er richtig stark. Da kommt Fejic. Egal wie er sich streckt. Nie im Leben mehr Rang. 20 Minuten noch auf der Uhr. Wieder Uerding. Dorda über die linke Seite. Die Flanke ist gut. Aigner setzt sich stark ab. Und dreht die Partie im Alleingang. Doppelpackt Stefan Aigner. Und die Schau ins Landreisen-Arena zumindest etwas besänftigt. Jetzt die Chance für Braunschweig noch auszugleichen. Letzte Minute läuft. Bär mit der Flanke. Benz kann es dann klären. Aber es sollte nicht mehr sein für Braunschweig. Sie verlieren hier mit 2 zu 1. Hätten das 2 zu 2 am Ende noch verdient gehabt. Stehen so aber am Ende des Tages mit leeren Händen da. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Also wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und Tschüss.